Passen die dir? Das habe ich noch nicht probiert, Tommy. Jawohl, Mem. Ja, Tommy zieht mir gerade die Schuhe an. Ja, mal hier mit so einem Fakt. Er sagt jawohl, Mutter. Warte mal, das... Wie hittet das? Einfach schieben, Tommy. Ich habe schmale Füße. Das sind ganz schön fette Stumpen, hast du. Ich habe ganz schmale Füße, was soll das? Aber die sind doch gar nicht... Fette Stumpen, was soll das? Ich glaube, da muss man barfuß rein. In die. Ich kann die gar nicht weiter stellen. Du bist nicht mein... Wie heißt die? Dornröschen? Ich bin nicht Dornröschen, nee. Du meinst das Aschenputtel. Das Dornross. Tommy hat mir so Birkenstocks mitgebracht. Ja, von Dr. Jürgens. Von Dr. Jürgens. Keine Ahnung, was das mit Schuhe ist. Komm her, Dr. Jürgens. Teuer. Vorsicht. Preisschild ist noch dran. 40 Euro. Sie passen nicht so. Das sind wahrscheinlich so ganz schmale. Das gibt ja auch für schmale Füße. Schon vor dem Kortison bin ich aufgeschwemmt. Nee, komm, pass doch. Hier, siehst du mal, wie mein Fuß reingekommen ist? Ja, der blutet. Der blutet gar nicht. Das ist echt... Wie heißt sie jetzt? Aschenbrödel. Nee, das ist vorbei. Die will ich nicht. Dr. Jürgens. Nicht mal ohne Socke passen gehen. Gut, ich muss gleich wieder runter. Ich bin am hin und her rennen. Hier, hin und her und hin und her. Und hier ist gar nicht schwer. Heute kommt eine Lieferung. Ich bin total gespannt. Entweder habe ich jetzt 1600 Euro in Sand gesetzt. Oder ich habe 1600 Euro angelegt. Bin ich jetzt richtig gespannt. Kapatikhof, Artikel, Standort Deutschland. Stand drin. Versand von Deutschland. Express und, und, und. Auf einmal kommt es aus Taiwan. Das macht mir ja schon Sorgen. Das sind ja so Sachen bei eBay, dass das nicht korrekt angegeben ist. Das nervt mich ohne Ende. Das nervt mich jetzt. Egal, gut. Chaos vom Frühstück hier. Was ist denn für ein großes Ding? Was ist denn für ein großes Ding? Papa, gibst du was da vorne stehen? Papa, kannst du mir geben? Ja, der Zwiebel ist noch drin extra. Aber Papas eigener Topf ist immer noch lecker. Ich hab voll so wahnsinnig juckt. Ach so. Ja, Mann. Werkstatt leben. Tja, der Kirschrad ist wieder da. Wird ja zum Dauergast hier. Die Narbe. Die Narbe hat irgendeine Macke. Irgendwas ist kaputt damit. Vielleicht ist er deswegen in der Ecke gelandet und wurde er nicht gefahren. Weil er neu war und gleich neu die Macke hatte. Keine Ahnung. Ich hab jetzt schon zweimal eingestellt. Konus. Nicht zu lösen. Das ist irgendwas anderes. Und der Achim, der freut sich schon tierisch da drauf, die Narbe mal kennenzulernen. Ja, die hab ich noch nie zerlegt. Und platt ist jetzt auch. In kurioser Weise. Ist jetzt platt. Achim. Warte mal. Mal kurz gucken hier. Also sind wir alle gespannt jetzt. Sachs. Orbit. Fängt halt erstmal gleich an. Erstmal auseinanderbohren. Die Prozedur ist zum Glück immer dieselbe. Da hätte ich nicht gewiss, was passiert, wenn ich die andere Seite mal festhalten. Genau. Mit der Kappe. Previere für uns alle. Ja? Komm mit gleich. Komm mit gleich. Das ist normal, kürzisch. Komplett zerhopftes Hinterrad beim Pügeot, das Pügeot ist einmal frei, alles sieht top aus, aber das Hinterrad ist Tja, ich bin gerade noch überlegen Okay, hier ist nichts, ob ich die jetzt komplett auseinanderruppe, das ganze Teil sollte vielleicht mal sauber gemacht, wie ein Spärkling kleben Na gut, das ist nicht die Ursache, sagen wir ja Nein, die Ursache ist auf der Seite, aber ich habe keinen Plan, wie ich das abkriege Da fehlen mir tatsächlich die Unterlagen für, müsste ich dann morgen, wenn ich in eine BIMA fahre, müsste ich dann die ersten Unterlagen mitbringen Für die Narbe Na warte mal Wir hören ja alles auf Video, wir zerstören jetzt eine Ordner Okay, jetzt los, leg los, werd los Die Schlagen schnacken, Koppelnacken Sprengring 1 Wieder festhalten immer Ansonsten Genau immer Auge Sprengring Legst du doch hier in die Schale Nein, 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 ich leg die mir dazu hin Achso Ich habe da mein System Ich leg die mir dazu hin, wie ich den Ausbau Sonst kriegt die Krise da Zentrierstück Ja, die sind verklebt, auf alle Fälle, da hast du recht, das muss man nicht machen, die kommen nicht mehr sauber zurück hier Aber das ist auch nicht das System, das ist ja dieser Schubklotzkeil, was auch immer Da sitzt ja diese Da wurde Zugkettchen eingeschraubt Dann sieht man es mal von innen, hier wird diese Zugkettchen eingeschraubt, diese Überlänge Das ist ja diese Penta-Sport-Maß Penta-Sport, ja Ja Der sitzt hier drin Sprengring 2 Kommt jetzt Sprengring 2 Seht ihr das überhaupt? Ist ja auch mal interessant, wenn Tommi was kaputt macht So, das war eigentlich die erste Abschnitt Kann man sich so merken Sprengring 2 Da flutscht jetzt nicht nach oben Ich klicke mir das lieber so hin Ich bin noch nicht so Scheibe Ich bin noch nicht so Das müsste wieder sein Distanzscheibe Jetzt kommt der eigentliche Der eigentliche Getriebe Zum Vorschein Alles noch wie neu Fett teilweise noch unverbraucht Tippi Tippi Jetzt könnt ihr die Getriebeeinheit runternehmen Nicht groß wackeln, da sind Kugeln drin Die sind aber im Käfig Wie ich sehe Wie ich vorher ja auch nicht Getriebeeinheit runter So Und jetzt gucken wir uns das hier an Hier ist alles fest Aber Jetzt sehen wir Ja, nicht Warum also Wackelt Diesen Lockert Lockert Sich das permanent Das sieht nicht aus Als seid ausgeschlagen Weiter auseinandernehmen Braucht man es nicht Das macht keinen Sinn Das ist Kurios Eines der achtens Müsste das halt Der hat einen Der hat einen Und der ja auch Setzt den mal Okay Macht das mal sauber Wir setzen die danach wieder zusammen Und Gucken mal Ob das Also Die andere Seite kann sich nicht lockern Und wenn man das dann festdreht Und kontert Dann ist es ja fest Ja Also da kann auch nichts nachrutschen Oder irgendwas Warum zur Hölle wackelt das Ey Ey Die fällt nicht mal ab Wer ist so vergrindet Das kann auch nicht abgelaufen sein Das kann natürlich sein Das jemand jetzt mit der Narbe gefahren ist Als das Ding neu war Als sie noch nicht richtig eingestellt war Aber das ist nur vor Ort abgeplatzt Oder so Nichts zu sehen Es ist alles noch einmal frei Achso Fettspritze Gefunden die schon? Nachdem hat es gesäubert Gefettet Geölt in dem Fall Genau In dem Fall nur geölt Und jetzt setzen wir den Quark wieder zusammen Na die So rum ja Das ist ein Gegenstück So rum sieht besser aus Ja so rum sieht besser aus So okay Jetzt der Sprengring Der das Getriebe zusammenhält Und jetzt dürftet ihr eigentlich auch Ja okay Jetzt klar Jetzt kann es noch wackeln Weil es ja hier oben nicht gehalten wird Nur der eine Haltepunkt unten ist Der zweite Haltepunkt wäre eben der hier Dieser Lager Mit dem Konuswald Aber legen Schubplatz Richtung egal Nur gewölbte Seite nach unten Ne Aha Gewölbte Seite muss runter Mittig Damit wir hier diese Eigentliche Sitten Sperrklinkenträger Sperrklinkenträger Genau So Die sehen ja auch in Ordnung aus Das ist auch alles Völlig Wollen wir mal die arbeiten In welche Richtung In die Zack Zack Haben wir Aber Die müssen Da rein Ne Müssen sie nicht Stimmt Ne Die sitzen drüber Dann diese Wunderschöne Zentrierstück Die Spannfeder Der Sprengring Der Sprengring Haben wir was vergessen? Mehr Teile waren nicht Mehr Teile sind es nicht Genau Eigentlich Jetzt haben wir nur noch die Narbe Die Narbehüse Genau Wollen wir mal Mal gucken Vielleicht hier nochmal Fett drauf geben Ein bisschen Da Aber nur im Außenbereich Also nur außen Ja Wegen der Klinken Weil das ist ja Genau damit So ein bisschen Weil das ist eben Sehr schweres Fett Schmier noch Eben mit dem Finger Und dann drauf Mit dem Ding Konus Kokos Konus Filibus Da nochmal Fett drin drücken Ja Ja Also jetzt wackelt da nichts Jetzt wackelt da nichts Okay Ja klar Alles gut und schön Aber Wir konnten jetzt nochmal Mehr kann man jetzt nicht machen Also da ist auch kein Spiel Nix Kein Verschleiß Eigentlich zu sehen Genau Die 17er Der Konus Schlüssel liegt da Da dürfte jetzt nisch dran sein An dem Ding Einbauen Zwei Runden fahren Hier Und siehst du ja damit nur Eine Runden fahren Eigentlich Ja Genau Eine Runden Es kann sich ja gar nicht verändern Jetzt Es kann nichts anderes mehr sein Wenn das Ding fest ist Ist es fest Letzte Züge Also einmal komplett zerlegt Halt wieder zusammengebaut Gefettet So Also es dreht sich wieder auf Die Narbe Die dreht sich auf Irgendwie Also müssen wir sehen Ob es ein Objekten Aufdrehen ist oder nicht Werden wir ja sehen Jetzt wird einmal nochmal gekontert Dann nochmal eingebaut Nach dem Einbauen Wird zwölf Uhr markiert Oder spricht die Ausfallenden Irgendwo wo man rankommt Muss man sehen Und wenn sich das verdreht hat Dann wissen wir auch nicht mehr weiter Ist aber immer noch fest Ja wenn dann dreht sich ja die gesamte Narbe auseinander Dabei löst sich ja nicht der Konter Das ist eben das Das ist das Problem Sind da abgeflachte Seiten Ne Was Nein Halt es denn Das ist ja auch so weit Das ist ja auch so weit Geht nicht Die dreht sich immer wieder auf Keine Ahnung Keine Ahnung Die Gewinde sind gut Die Kronen sitzen Die Kontert ist richtig fest Die dreht sich auf Das ist halt jetzt so Werde ich ja sehen Ob da drin was fehlt Oder nicht Ja Fehlen Fehlen kann nichts Theoretisch Ich sehe aber hier Dass die mitdreht Guck hier An der Innenseite Du siehst Die Narbe dreht sich auseinander An der Innenseite Ja Merkst du auch Da merkst du wie das ausgefräst ist Also sie dreht sich immer wieder auf Ey Na gut Das war erst mal von dem Hauauftrag Von dem Kirschrat Das haben wir uns jetzt mal reinfallen lassen Oh Experiment Das Geheimnis ist halt beim Schalten Tatsächlich Dass sich beim Schalten Klar Also so Blockt das Und Nimmt ja alles mit Wenn du schaltest Dreht sich das rückwärts Ja Und so mit auf Ja Also hier müsste eigentlich Eine Drehmomentscheibe halt drin Oder sowas Oder so Irgendwas Oder irgendwas stimmt nicht Beim Schalten Werden wir gleich sehen Ich baller das Ding jetzt fest So jetzt aber Ach eigentlich Ich will nur Wackeln mal kurz vorher dran Da wackelt nichts Da wackelt nichts Okay Jetzt wägt nur positive Du dran Darf sich nicht Wenn das sich verdreht Dann ist der Rahmen auch im Arsch Ja Ja Diese Hilfe braucht er nicht Nee Nicht zum Fahrradfahren Braucht nur eine Wundbrille Aber das funktioniert jetzt nicht Muss einfach Was ist locker? Komm selber Ich habe bestimmt 20 Mal Auf dem Hin und Rückweg Hinten geschaltet Beide Gänge Also beide Schalter Es ist fest Es ist fest Problem gefunden Problem gefunden Es fehlt quasi ein Kranzring Diese Drehmoment Die Drehmoment Geschichte da Diese Drehantilie Drehantilie Und auch immer Scheibe Ja Aber wir haben die Narbe mal zerlegt Und mal reingeguckt Ist doch gut Ist das super Ist doch eigentlich mal frei Wunderbar Es ist fest Fast perfekt Müssen wir mal gucken Wie lange das hält 2.000 Euro Meine Fresse So gut Feierabend Ja 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 die WD ist wieder da oben Kommst du aus dem Keller auspuffst den noch nicht Das habe ich ja Wo ist jetzt mein Schlüssel Ab nach Hause Und dann bin ich fett und unansinnig von dem Und dann bin ich fett und unansinnig von den Händen und aufgedunsen Und dann musst du mich verlassen Ich sehe es schon mal Laufs mich jetzt Ich kann nichts dafür Diese Tappetit anregend Die Händen Ankunftschlaf Laufstift muss fallen Warum? Ich möchte dich liebe Auf einmal nur wenn du dünn bist Laufstift muss fallen Warum? Laufstift Laufstift müssen dann Laufstift Laufstift Warum tust du mir das an? Das ist ja als Krebs. Weil jetzt Olli so toll ist, ich zerstöre mich selber. Meine Abwehr greift körpereigene Zellen an oder Nerven. Du bist ja total bescheuert. Ich liebe dich. Ich fühle mich, dass du Schmerzen hast. Ich habe keine Schmerzen. Jetzt kriege ich ganz prima. Okay, dann. Hier ist bloß alles so. Hier. Top. Hier, ganz schlimm. Und hier. Hier spüre ich fast gar nichts. Ich bin tot. Und hier ist... Kribbelts. Ich kann mich nicht irgendwie einsetzen. Du Kneipenschlägerin. Ich bin nicht... Ich habe ja auch Hoffnungen, dass ich das nach dieser Kortison glaube, dass das besser wird. Ach, Mäuseel, Mann. Ich hoffe nicht, dass mein Leben beschädigt ist. Ich meine, ich laufe jetzt schon mal weiter so rum. Schneller ging es ja nicht. Und vor allem erfüllst du mehr als die Quote. Du bist Mutter. Du bist Frau. Frau. Mutter. Behindertes Kind. Behinderte Frau. Und Ü30. War es der Bollen wohl wollen? Ist das im Mund? Ist das verdächtig? Sonst macht sie eigentlich immer gleich den Mund auf. Sie ist immer noch verdächtig. Du bist mein kleines Verdichtimon. Ist sie noch verdächtig? Ja. Der Mund ist noch nicht aufgegangen. Was war das denn? Der hat dir voll den Mund hingestreckt. Aber du bist mir zu verdächtig jetzt. Zeig her. Ne. Ist nichts. Na gut, dann sagen wir mal so. Dann sagen wir mal. Tschüssi. Oder? Sag mal Tschüssi. Hab ne schöne Zeit. Wir haben heute eine Sachsenahabe, eine Sachsenahabe, eine Sachsenahabe auseinandergenommen. Und die hat uns mal angeschaut von innen. Und tatsächlich den Fehler gefunden, warum die Nahabe immer wieder wackelt, anfängt zu wackeln. Ähm. Und. Und. Ja. Und da war er mit dabei. Und jetzt. Bis Feierabend. Ich werde jetzt gleich wieder schneiden. Jetzt habe ich hier in den nächsten. Den Block von gestern. Den werde ich jetzt hier hochladen. Dann den nächsten Block schneiden. Und morgen hochladen. So wie sieht das aus? Hm. Und du? Guckst zu. So sieht's aus. Also. Macht das gut. Bis morgen. Bleibt alles schön gesund. Gesund. Das ist das wichtigste. Was da euch. Also wirklich. Scheiß. Auf das ganze Geld. Und das ganze hier. Und das ganze da. Und ansehen. Oder dies und das und jedes. Alles völlig egal. Hauptsache ihr seid gesund. Das ist wirklich wichtig. Ja. Und. Die kleinen Ärgernisse. Links und rechts. Am. Am. Im Leben. Die man so hat. Äh. Völlig unwichtig. Völlig unwichtig. Hauptsache. Gesundheit. Und euren Liebsten geht's gut. Das ist wichtig. Also. Macht das gut. Bis morgen. Wir sehen uns. Im nächsten Vlog. Ciao. Ciao. Ciao.